Herzlich Willkommen! Dies ist der rechtshistorische Adventskalender. Heute ist der Tag der Menschenrechte. Das ist für den rechtshistorischen Adventskalender Anlass genug, nach den Ursprüngen der Idee der Menschenrechte zu fragen. Wir gehen also der Frage nach, wer hat die Idee entwickelt, dass jedem Menschen von Geburt an bestimmte unveräußerliche Rechte zustehen. Dass der Tag der Menschenrechte heute begangen wird, hat seinen Grund darin, dass am 10. Dezember 1948 die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen verkündet wurde, nachdem sie von der Vollversammlung der Vereinten Nationen beschlossen worden war. Das Bild zeigt Eleanor Roosevelt, die Witwe des verstorbenen amerikanischen Präsidenten Franklin D. Roosevelt. Eleanor Roosevelt hat sich sehr für die Ausarbeitung einer allgemeinen Menschenrechtserklärung eingesetzt. Sie war Vorsitzende der Kommission der Vereinten Nationen, die den Text erarbeitet hat. Gerade für einen rechtshistorischen Adventskalender gehört es sich auch noch eine zweite Person zu erwähnen, nämlich René Cassin, einen französischen Diplomaten und Juristen, der ebenfalls an der Ausarbeitung beteiligt war und dafür 20 Jahre später auch an einem 10. Dezember den Friedensnobelpreis bekommen hat. René Cassin war, bevor er sich dem Völkerrecht zugewendet hat, Auch ein Rechtshistoriker hat eine grundlegende Dissertation über die Geschichte der Regelung zum gegenseitigen Vertrag vorgelegt, die sich in Deutschland in § 320 BGB findet. Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen ist natürlich nicht der Anfang der Menschenrechtsidee, sondern vielmehr der Versuch, all das, was über Jahrhunderte sich entwickelt hatte, in einer Erklärung zusammenzufassen. Die Erklärung ist kein verbindliches Völkerrecht, sie ist nur eine Resolution der Vollversammlung der Vereinten Nationen. Solche Resolutionen sind nicht bindend. Sie soll diese Erklärung nur ein Ideal darstellen, nach dem die Staaten sich richten, an dem sie sich orientieren können. Wie ist nun dieses Ideal in die Welt gekommen? Bevor wir uns das näher anschauen, lohnt sich ein Blick auf den Anfang der Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen. Mit diesem schönen Text. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Brüderlichkeit begegnen. Wir finden hier also den Bezug insbesondere auf die Menschenwürde als fundamentalstes Menschenrecht, so wie das ja auch am Anfang des Grundrechtskatalogs des Grundgesetzes steht. Und wir finden das verbunden mit einer Verpflichtung darauf, einander im Geist der Brüderlichkeit zu begegnen. Damit klingen in diesem Text wichtige Motive der geschichtlichen Entwicklung an. An sich müsste man weit zurückgehen, denn die Idee der Menschenrechte ist ein Aspekt der Lehre vom Naturrecht. Also von der Vorstellung, dass es Rechtssätze gibt, die schon von Natur aus gelten und nicht erst durch einen Gesetzgeber eingeführt werden müssen. Diese Idee findet sich schon in der griechischen Philosophie und auch im römischen Recht. Bei den römischen Juristen ist allerdings das Naturrecht vor allem ein Lückenfüller, wird also dann angewendet, wenn es kein geschriebenes Recht gibt. Es hat aber keinen Vorrang vor dem gesetzten Recht, sondern muss dahinter zurücktreten. Das sieht bei den griechischen Philosophen manchmal anders aus und vor allem auch in der christlichen Philosophie des Mittelalters. Da versteht man das Naturrecht als von Gott vorgegebenes Recht, das der Mensch und ein menschlicher Gesetzgeber nicht ändern kann. Von Menschenrechten war dabei allerdings noch nicht direkt die Rede. In der Zeit des 17. und 18. Jahrhunderts wurde die Naturrechtsidee säkularisiert. Das heißt, man leitete das Naturrecht jetzt nicht mehr nur aus Gottes Gebot, sondern vor allem aus der menschlichen Vernunft her. Einer der Protagonisten dieses Vernunftrechts war Samuel von Puffendorf, der schon auf dem Titelblatt zu sehen war und hier wieder zu sehen ist. Und bei ihm finden wir auch die Idee zum ersten Mal formuliert, dass jedem Menschen aufgrund seiner Menschlichkeit, aufgrund der Vernunftbegabung des menschlichen Wesens eine besondere Würde zukommt. Allerdings ist bei Puffendorf vor allem der Gedanke stark, dass daraus sich Verpflichtungen ergeben, dass der Mensch, weil er Entscheidungskraft hat, weil er ein vernunftbegabter Mensch ist, sich bestimmten Normen anzupassen hat, also Naturpflichten hat. Dass aus dieser menschlichen Natur sich auch Rechte ergeben, ist noch nicht so stark. Das wird dann sehr klar formuliert bei John Locke, ein bisschen später, einem englischen Philosophen, der eben davon spricht, dass der Mensch von Natur aus einen Anspruch auf vollständige Freiheit hat, dass er alle Rechte und Privilegien, die das Naturrecht ihm zuspricht, genießen darf. Hier haben wir also den Gedanken von naturrechtlich begründeten, jedem Menschen zukommenden Rechten und von John Locke führt dann ein direkter Weg zur Deklaration der Menschenrechte im Staat Virginia und zur amerikanischen Unabhängigkeitserklärung und dann auch zur Menschenrechtsdeklaration der französischen Revolution und zu den Grundrechtskatalogen, die im 19. und 20. Jahrhundert entstanden sind. Damit sind wir schon am Ende dieser kurzen Würdigung aus Anlass des Tages der Menschenrechte und haben gesehen, dass die Menschenrechte nicht nur aktuell sehr wichtig sind, sondern auch eine große Geschichte bereits hinter sich haben. Auch morgen, am Sonntag, gibt es wieder ein Kalenderblatt vom rechtshistorischen Adventskalender. Wenn Sie mögen, schauen Sie dann gerne wieder zu. Vielen Dank.